Cyberport präsentiert der Beoplay A1 von Bang & Olufsen. Mobile Lautsprecher sind mittlerweile nicht nur angenehm kompakt, sondern liefern auch noch einen sehr guten Sound. Das beweist zumindest Bang & Olufsen mit dem Beoplay A1. Der stylische Lautsprecher überzeugt dank des Aluminiumgehäuses mit einer hohen Stabilität. Aufgrund der kompakten Bauweise lässt sich der Beoplay A1 zudem bequem überall mit hinnehmen. Weiterhin ist die Soundbox staub- und spritzwassergeschützt und damit bestens für den Außeneinsatz geeignet. Dank der zwei digitalen Verstärker, die eine maximale Leistung von 2x140 Watt liefern, bietet der Beoplay A1 nicht nur eindrucksvollen Surround-Sound, sondern auch eine sehr hohe Lautstärke. Durch das integrierte Mikrofon können Sie den Lautsprecher auch als Freisprechanlage nutzen. Ihre Musik übertragen Sie bequem via Bluetooth oder Audiokabel. Die Steuerung erfolgt dabei über die kostenlose Beoplay-App oder die integrierten Tasten. Übrigens, mit Hilfe der App können Sie zwei Beoplay A1-Lautsprecher miteinander koppeln und damit eine mobile Soundanlage schaffen. Der verbaute Akku ist 2200 mAh groß und sorgt für eine Betriebslaufzeit von bis zu 24 Stunden. Die Aufladung erfolgt über das im Lieferumfang enthaltene USB-C-Kabel und dauert ca. 2,5 Stunden. Sorgen Sie für eindrucksvollen Surround-Sound mit dem Beoplay A1 von Bang & Olufsen. Das lässt sich voll zu verhalten. Und wir den Beoplay A1 von Bang & Olufsen ist für A3 von Bang & Olufsen. Schlack Sie für Eindrucksvollen Wiederbe Bunu cri schon aufpassen. Vielen Dank.